Hello und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid bei dieser heutigen Meditation. Diese Meditation dreht sich vor allem darum, um alte Sorgen und alte Lasten loszulassen und mit neuer Energie und neuer Kraft in den Tag zu starten. Es ist natürlich völlig egal, zu welcher Tages- und Uhrzeit ihr meditiert. Einfach dann, wann es sich für euch richtig anfühlt. Ich meditiere aber am allerliebsten direkt in der Früh, nachdem ich aufgestanden bin, um einfach mit voller Positivität und Kraft in den neuen Tag zu starten. Und zuallererst sucht ihr euch eine gemütliche Sitzposition. Ich mag es zum Beispiel sehr gerne, auf einem Kissen zu sitzen. Oder ihr lehnt euch an einer Wand an. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Namaste an euch alle da draußen. Damit starte ich und beende ich jede Meditation. Begrüßt euch selbst. Und dann beginnen wir mit ein paar Atemübungen. Tief einatmen und dabei die Hände nach oben. Und beim Ausatmen treffen sich beide Handflächen in der Herzmitte. Einatmen und laut ausatmen. Beim Einatmen wieder beide Arme weit nach oben. Streckt euch laut ausatmen. Ausatmen und beide Hände vor die Mitte eures Herzen. Einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen und die Hände wieder vor die Herzmitte. Einatmen, beide Arme weit nach oben. Ausatmen und beim Ausatmen die Hände wieder vor die Herzmitte. Jetzt noch ein paar Dehnübungen für den Nacken. Dabei rollt ihr einfach euren Kopf in einem Halbkreis von links nach rechts. Konzentriert euch, während ihr diese Nackenübung macht, schon mal auf euren Atem. Atmet durch die Nase ein und langsam wieder aus. Und rollt euren Kopf von links nach rechts. Von rechts nach links. Und auch nach hinten rum. Lehnt euch zurück und rollt eure Nacken von rechts nach links. Und von links nach rechts. Vergesst nicht zu atmen. Durch die Nase langsam ein. Und vollständig wieder aus. Jetzt nehme ich mit beiden Händen meine Schultern und atme ein. Und lasse bei dem Ausatmen alle Sorgen fallen. Denkt richtig an die Sorgen, die ihr habt. Und lasst sie fallen beim Ausatmen. Alle alten Lasten sammeln und fallen lassen. Die Schultern einmal nach hinten rollen. und nach vorne rollen, sodass sie in Bewegung sind und euer Körper komplett entspannen kann während dieser Meditation. Was ihr mit euren Händen macht, ist natürlich euch überlassen. Was ihr mit euren Händen macht, ist natürlich euch überlassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das ist, glaube ich, ein Video für sich. Ich mag es sehr gerne, meine beiden Handflächen auf meine Knie zu legen, sodass die Energie einen guten Fluss haben kann. So, schließt eure Augen und konzentriert euch langsam immer mehr auf euren Atem. Durch die Nase einatmen, tief einatmen und durch die Nase alles ausatmen. Ihr spürt richtig, wie ihr die kalte Luft durch eure Nase einatmet und die etwas angewärmte Luft wieder ausatmet. Bei jeder Einatmung spürt ihr, wie die Luft euren Körper durchströmt und mit neuer Energie versorgt. Und bei jeder Ausatmung spürt ihr richtig, wie die alte Energie aus eurem Körper rausgeht. Atmet die neue Energie ein durch eure Nase. Und die schlechte alte Energie aus. Wichtig, lieber ist es nur, tiefe und lange Atemzüge zu nehmen. Durch die Nase ein und wieder aus. Es ist total in Ordnung, wenn man nicht von Anfang an seine Gedanken zu 100% im Griff hat. Das hat man nie und das ist bei einer Meditation auch total in Ordnung. Das ist alles Übungssache und umso öfter man meditiert, umso öfter wirst du merken, dass es dir leichter fällt, deine Gedanken loszulassen und zu akzeptieren. Sobald du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, komm zurück zum Atem und stell dir wieder vor, wie du die kalte Luft durch deine Nase einatmest und die etwas angewärmte Luft durch deine Nase wieder ausatmest. Mit jeder Einatmung sammelst du neue Energie und neue Lebenskraft. Und mit jeder Ausatmung lässt du alten Ballast los. Lässt alte Sorgen frei. Bei jeder Einatmung füllen sich deine Lungen mit Luft. Und bei jeder Ausatmung leeren sich deine Lungen. Spür richtig, wie sich dein Brustkorb weitet, wenn du einatmest. Du lebst im Hier und Jetzt. Alles, was war, ist jetzt momentan absolut unwichtig. Denk nicht zu sehr über die Vergangenheit nach. Und denk auch nicht zu sehr über die Zukunft nach. Denn das Einzige, was zählt, bist du im Hier und Jetzt. Versuche deinen Fokus auf dich zu legen. Verurteile dich nicht, sobald Gedanken aufkommen oder du dich ablenken lässt von irgendwelchen Gedanken, die in deinem Kopf hin und her schwirren. Akzeptiere sie. Betrachte sie. Und lass sie dann wieder los. Stell dir deine Gedanken vor, wie Wolken, die über dir hinüberziehen. Betrachte sie und beobachte sie beim Weiterziehen. Komm zurück zu deinem Atem und du spürst richtig, wie du die kalte Luft durch deine Nase einatmest und die etwas angewärmte Luft durch deine Nase wieder ausatmest. Bei jedem Atemzug sammelst du neue Kraft und neue Energie für den Tag. und bei jedem Mal ausatmen, release du all die Negativität, die sich in deinem Körper gestaut hat, all die negativen Gedanken und all die negativen Gefühle. das Einzige, was zählt, das Einzige, was zählt, bist du im Hier und Jetzt. Genieße diese Zeit, die du gerade hast. Sei dankbar für dich, für deine Familie, für deine Freunde, für dein Haustier, für deinen Job und für all das, was dich erfüllt und glücklich macht. Das Einzige, was du machen musst, ist dich auf deinem Atem konzentrieren. Atme durch die Nase tief ein und wieder aus. Du spürst richtig, wie dein Atem schwerer wird, wie dein Körper schwerer wird. Einatmen und ausatmen. Komme nun langsam wieder zurück zu deinem Körper. Nimm beide Hände und gebe sie vor deine Augen. Du spürst, wie du sitzt. Du kannst auch mal deine kleinen Zehen bewegen oder deine Schultern bewegen. Reibe jetzt deine Hände stark aneinander. Somit erstellst du Energie. Ganz fest aneinander reiben und mit die von dir erstellte Energie gehst du über deinen ganzen Körper. Von Kopf bis zu deinen Schultern. Über deine Arme über deinen Bauch und über deine Brust und auch über deine Beine. Spürst du die Energie? Dann reiben wir die Hände noch einmal in der Mitte vor unserem Herzen aneinander. erstell noch einmal in der Mitte. Erstell noch mal mehr Energie und geben sie vor unsere Augen. Öffne deine Augen langsam im Dunkeln, sodass sich dein Körper wieder daran gewöhnt und zurückkommt. nimm die Umgebung wahr. Sei dankbar für dich selbst und schenke dir ein Lächeln. Schenke dir ein Lächeln und sei dankbar dafür, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Namaste und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.